Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespiel, Zenkoi heißt das Spiel, wie es hier oben auch schon steht. Und wir sind ein kleiner Koi-Fisch, wenn ich das so richtig sehe. Ist es unsere Aufgabe zu essen? Unsere Aufgabe ist es zu essen. Einer hat mich gerade so ein bisschen an... Oh, wie hieß das Spiel? Wo man sich so als kleine Kaulquappe entwickeln musste. Ja, das war nämlich klar. Wir können jetzt nämlich größere Fische essen. Achso, wir können ja anklicken und der verfolgt ihn dann. Interessant. Und auf dem Weg ist es dann für das andere. Oh, wie hieß das Spiel, mein Gott? Okay, ich werde klar, ne? Unten auf Stufenaufstieg. Ah, okay, wir können Stufenaufstieg. Wir haben Fähigkeitspunkte zu vergeben. Und zwar Agilität ist wahrscheinlich die Schnelligkeit. Dass dein Koi scharfe Kurven halten kann und sich von Weitem auf Ziele stürzen kann. Das Tempo, um möglichst schnell zu schwimmen, erhöht deine Chance, schneller Ziele zu fangen. Und die Seltenheit, höhere Seltenheit erhöht die Chance auf eine Vererbung seltene Farben an deinen Nachwuchs. Wir nehmen die Agilität. Wir haben zwei Punkte. Wir nehmen auch noch die Tempo. Das Tempo. So. Pfad zum Aufstellen. Okay, jetzt haben wir hier, guck mal, hier ist ein ganz kleiner Teich. Hier ist auch nämlich schon Ende. Ein ganz kleiner Teich ist es nur. Und wir müssen hier diese ganzen Fische fressen. Weiß nicht, denn die Dings werden noch ein bisschen zu schnell sein, die anderen. Aber ich kann die ganzen grünen hier essen. Naja, das ist schon... Oh, der hat zugeschnappt. Der hat zugeschnappt. Der hat zugeschnappt. Allerdings... Komm, wo komme ich denn? Nee, komme ich leider nicht ran. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen schneller werden für die. Wir können natürlich auch irgendwo hinklicken und dann verfolgt er halt nicht direkt einen, sondern der futtert alles das, was eben... Oh, was haben wir denn da schönes? Was eben ins Maul gerät. Komm, hier, komm. Nju, ich glaube, es ist ein kleiner Speedboost gewesen. Nju, 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 und wir sind wieder in Stufe aufgestiegen. Und man sieht, dass Stufe 3 sind wir mittlerweile schon. Und er will entkommen, er will entkommen, und er will entkommen, und... Nums. Ah, okay. Ah, das ist unser Feind. Hier diese komischen Blätter. Da sollten wir jetzt nicht unbedingt reinlatschen. Das ist nicht unbedingt super für unsere Gesundheit, würde ich einfach mal meinen. Denn, auch wenn ich, soweit ich weiß, hier keine Gesundheit habe. Was haben wir hier? Beute fangen und die Duvieren verarbeiten, sowohl aktivieren und Teiche erweitern. Wir haben drei von diesen kleinen, äh, einen von diesen kleinen Fischen. Und zwei von den größeren brauchen wir. Da können wir eine, ähm, eine Perle, glaube ich, legen. Okay, ne, drei Stück brauchen wir. Und aktivieren. So, ich habe hier nämlich das Teicharbeit am Ring, Duvieren, zum Symbol. Habe ich nämlich gerade hier unten, das ist dieses Symbol gewesen. Achso, da ist nämlich das gewesen, was war, wo ich das hinbringen musste gerade. Und hier seht ihr, du hast den Teicharbeit, vielen Dank. Äh, unser Teich war das größer, höher geworden. Stufeaufstieg. Okay, muss ich noch machen gleich. Moment. Nums. Dann werden wir einfach mal unsere Seltenheit einmal verbessern. Okay, wir haben nur einen Punkt, schade. Verbessern wir die Seltenheit, ist doch kein Problem. Äh, jetzt sollte es auch wieder größere Fische geben. Ja, ist nicht ganz so groß gewohnt, der Teich, aber. No, naja, das ist was Neues, da, die Dinger. Was haben wir hier? Wir müssen, äh, um unseren Teich zu erweitern, brauchen wir vier Stück davon. Das heißt, wir brauchen vier von diesen insgesamt. Also, ne, drei Stück brauchen wir davon, aber dafür brauchen wir vier hier. Ja, vier Stück sind eins, das heißt, wir brauchen zwölf davon. Und halt drei von diesen Dingern, da brauchen wir auch mal vier jeweils von denen und vier von denen. Ähm. Nach, nach, nach. FPS erbrüch. Immer wenn ich so jählen... Oh, was haben wir denn da? Ein Stück Pizza. Guck mal, läuft ja nicht Stück Pizza rum? Ach so, das ist nicht mehr, ist eine Quale gewesen. Dann kostet sie zu wachsen und kann nur einen Junge haben. Ah, wie kriegt die? Ich glaube, ich muss jetzt essen. Ach nee, da oben steht immer nur, was ich aktuell noch fangen muss dafür, alles klar. Jungen, komm hier, bam. Den Fisch auch noch. Okay, wie kriege ich Junge? Wie kriege ich Junge? Erstmal, wenn man den den ganz kurz jagen... So, jetzt kann man, das kann man jetzt machen. Okay, wir können das noch lange nicht anfertigen. Wir brauchen noch drei von den Pizzastücken. Aber wie kann ich selber jetzt einen Junge bekommen? Mein Koi. Ah ja, okay. Kikuro Sutato heißt mein kleiner Fisch und ist mein Koi. Und dem Koi, der ist... Also ich kann aktuell drei Kois halten und für zehn von diesen Premium-Währungen kann ich ein Koi hinzufügen. Ah ja, auch aktuell alle leer. Was heißt, ich kann acht aktuell maximal ausbrüten gleichzeitig wahrscheinlich. Muster Sutato, das ist den ja nicht habe und Sutato. Okay. Ich glaube, da brauche ich jetzt nichts zu machen. Was auch die Muster bringen? Ich habe keine Ahnung. Drachen. Du hast noch keinen Drachen. Lass ein Koi aufstellen und erhalte... Ah, okay. Interessant. Und Laden. Dann kann man sich wahrscheinlich ein bisschen was kaufen. Ja, aber ich denke, das wird alles mit... Nein, okay. Was ist das? Origin irgendwie eine andere Währung. Keine Ahnung, wo ich die kriege. Preise. Okay, kann man dann später noch Kreise bekommen. Kriegt man auch noch von diesen komischen Perlen noch was dazu. Ich glaube, ich muss einfach mit dem weiterspielen. Na, das ist ein Pizzastück gewesen. Also, Stufenaufstieg kann man wieder einmal noch ein Tempo höher hier. Also, sieben kann man anscheinend maximal haben auf diesem Fisch. Da soll ich mir selber auf Beute fahren gehen. Ah, da ist die Pizza. Und den grünen Gläher auch noch mit dazu. Aber so, ja, ich würde wieder ein bisschen gelangsamt. Ich glaube, man wird einfach wieder langsam. Ich habe ja nicht wirklich HP. Ich kann da also nicht wirklich was verlieren. Okay, ich brauche noch ein von... Ein von dem... Oh, was ist da? Ah, wir paaren uns gerade, meine lieben Freunde. Wir müssen also ihr am Arsch hängen bleiben. Und ihr seht diesen Kreis drum um uns herum. Oh, der hat eine höhere Agilität als ich. Kann wesentlich geschmeidiger Kufen laufen. Und wenn wir uns jetzt gleich paaren, wir werden immer noch ein bisschen mit Futter an... Dann zeugeln wir einen Jungen. Da ist er. Da ist unsere kleine... Ist das Larven? Ein neues Ei. Okay, ein Ei. Eltern, möglicher Nachwuchs. Wir haben vier Möglichkeiten. Und zwar sind das halt immer Kreuzungen. Gut, vielen Dank. So, kann ich wieder... Ich glaube, ich kann nicht, oder? Keine Ahnung, ob ich jetzt nochmal könnte. Also mit ihr rummachen. Ich bin übrigens auf Level 5. Da ist ein Pizza-Stück. Schnapp zu. Geil. Und Level 5 aufgestiegen. Nice. Dann gehen wir noch ein bisschen auf die Agilität höher. Und schauen gleich mal, was wir denn hier jetzt machen können. Wir können ein Dings hier machen. Allerdings haben wir davon erst jetzt eine. Hier können wir zwei Stück machen. Das heißt, wir sind fast fertig. Heißt, wir müssen jetzt noch zwei von diesen glüppschigen Dingern da sammeln. Die muss hier gehen. Das ist krass, aber wenn ich hier wieder zurückkomme. Oh, gut, das Mega rum. Jetzt zwei von denen noch. Oh, verdammt. Das hat er nicht ganz gegessen. Und den hier noch. Und dann haben wir das, den Teil schon mal fertig. Dann kann man nämlich uns jetzt auf den Rest konzentrieren. Noch fünf Stück davon. Von den komischen. Da kommen wir hier. Meine hier fünf Stück davon. Okay. Hier sind so viele davon. Holy shit. No, no, no. Aber wie hieß denn das? Es geht am Pitten. Oh, komm mal, die kommen alle sogar zu mir. Und da wollte ich mich angreifen. Das wäre uncool. Keine Ahnung. Die machen wir Angst. Ich weiß, es ist ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wie das Spiel hieß. Da fängt man jetzt auch als kleiner Möber an. Oder als... Was wollt ihr von mir? Die klicken mir echt am Schwanz, oder? Da haben wir noch einen. Ja, okay. Nein. Da haben wir noch einen. Ne, leider nicht geschafft. Aber... Hm, wunderbar denn so gegessen. Ah, da brauchen wir davon noch. Wobei. Also insgesamt noch fünf Stück davon. Aber wir kriegen die ganze Zeit Erfahrung mit dazu. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß, die ganze Zeit bei mir rumhängt. Jetzt jagt das an eigenen Schwanz. Geil, ey. Oh, hi. Na? Nächste Paarung. Nein, nein, nicht raus da. Okay, geht langsam nur zurück. Wenn man außerhalb des Kreises ist, irgendwie... Habe ich hier Dinger am Arsch kleben? Ich merke schon. Hä, damit... Ey. Blockier mir nicht mein Futter hier. Niu. Niu. Oh, oh, oh. Oh, da geht es wieder runter. Geht es deutlich runter. Ja, die ist ein bisschen schneller als ich. Deutlich schneller als ich gewesen gerade. Okay. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen... Ich weiß, ich werde hier verlangsamt. Natürlich dieses hässliche Viech. Kannst du jetzt mal aufhören? Dankeschön. Aufhören geradeaus zu... Zu schwimmen. Da muss man aufpassen. Sollte man nicht auf Futterjagd gehen, während man hier... Sich versucht zu paaren. Das ist irgendwie... Kontraproduktiv, habe ich das Gefühl. Und da ist ein neues Ei... Entstanden. Sehr schön. Zur Eierliste hinzufügen. Ich weiß noch nicht, wann... Ah, hier unten konnte man das irgendwo nochmal sehen. Unsere Eierliste. Meine Eier. Ach cool, das schimpft. Also alle fünf Minuten schimpft ein Ei. Interessant. Oder nach fünf Minuten schimpft ein Ei. Ich brauche dennoch aber immer noch... Ähm... Fünf von den Pizzastücken Nord. Da haben wir eins. Boah, das ruckelt immer so eklig. Das ist so heftig. Schon wieder einer. What the fuck? Ah, ich glaube, jetzt kann ich mich gerade nicht paaren. Das geht. Außerdem will ich gerade nicht. Geweck-Vibe. Genug rumgefügelt heute. So, zwei Stücken Pizza brauche ich noch oder drei sogar, glaube ich. Und wir sind gleich Level 6. Nice. Ah, nicht ganz da ist wieder ein Stück. Ein Stück Qualle. So, Stufenaufstieg. Ja, wunderbar. So, da waren wir noch Zweckverlies. Stufenaufstieg. Ja, bin dabei. Geben, nehmen wir das Tempo. Was haben wir hier? Ach, kann man sich sogar noch einen Temposchub geben oder halt einen Agilitätsschub anscheinend? Ah, vielleicht hätte ich doch eigentlich hier machen sollen. Aber egal, da haben wir sie. Bam. Okay, immer noch fehlt eine. Eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Dann muss ich... Oh, nein, 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 möchte ich nicht. Dann muss ich hier unten wieder hin. Dann kann man nämlich unseren Teich wieder ein bisschen erweitern. Und dann kommen neue Fische dazu. Und wahrscheinlich noch mehr Leute, die man paaren kann. Wie wieder das Auen. Das neue Eis geschlüpft. Nice. Und wir haben bekommen... Schlüpfe, du kleiner Koi. Achso, der muss noch da bleiben. Oder ich... Der wird gerade gelegt. Dann kann ich höchstens vermutlich auch mit dem neuen spielen. Da haben wir auch. Okay, es ist eine kleine Kreuzung. Updated. Hier tippen. So. Da haben wir Kiniro Sutato. Nein. Habe ich bekommen. Habe ich jetzt? Fertig. Mein Koi. Könnte ich jetzt theoretisch auch spielen. Ähm. Aber ich sollte mich erst mal auf ihn konzentrieren. So, auf fertigen. Aktivieren. Und dann... Ich glaube, der zeigt uns sogar, wo es hingeht, oder? Da unten ist er. Ne, er hat uns nicht gezeigt, wo es hinging. Ach, das glaube ich, die alte Erweiterung, ich glaube, man muss sich immer wieder die neue suchen. Waren die nicht hier unten gewesen? Ich bringe ihn jetzt zum Symbol. Okay, der wäre automatisch gelaufen. Ich behaupte es gerade verkalkt. So. Jetzt, ähm... Äh, schwimmt er selber da hin? So, wo er da oben gewesen? Okay. Habe ich es doch nicht mitbekommen. Da ist er. Tidim. Weit, weit aus. Du hast Glückwunsch, dass du deinen Teich erweitert. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ähm. Nu? Jetzt kann ich mir... Alter, holy shit. Na, wobei es zählt, das gleiche, aber halt noch ein größerer Käfer. Vielleicht beschädigt er uns, wobei er sollte uns nicht beschädigen können. Da ist ein Käfer. Da. So ein kleiner Borki. Nomm. Okay, genau das gleiche. Ähm. Mit diesen Fischen auch. Äh, ich sag auch Fischen. Lebewesen. Wie auch immer. Säugetieren. Nein, Säugetiere sind es nicht. Lebewesen. Ähm. Da, meine Freunde, wer es spielen möchte, Zenkoi. In der Videobeschreibung sind die Dings zum Spiel. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn ihr selber Bock drauf habt. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus gewesen. Ähm. Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. Na, mh. Doppelt. Doppeltkill. Ähm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt, meine liebe Freunde. Ciao.